Was erwarte ich vom VfL Bochum? Auf jeden Fall ein völlig anderes Spiel, als das am letzten Spieltag der Fall war. Darauf dürfen wir uns alle einstellen und auch freuen. Ich glaube, dass es schon beeindruckend war, wie diese Mannschaft nach dem Trainerwechsel förmlich vor Freude und Ehrgeiz gesprüht hat. In den Spielen, die wir beobachtet haben, muss man wirklich sagen, das war nicht so in diesem Umfang aus meiner Sicht zu erwarten. Und man kann schon nach so kurzer Zeit die Handschrift vom neuen Trainer sehen. Die Jungs wirken befreit und sprühen vor Spielfreude und darauf müssen wir uns einstellen. Wir dürfen uns auch darauf einstellen, dass sie ein extrem aggressives Spiel pflegen werden. Der eine oder andere hat vielleicht die Szenen vom Wochenende gegen Borussia Dortmund im Kopf. und gesehen, dass der VfL Bochum alles andere getan hat, als sich hinten reinzustellen und zu verteidigen, sondern wirklich versucht hat, das Spiel in die Hand zu nehmen. Sehr aggressive Spielweise, extrem schnelles Umschalten, nach Ballgewinn, direktes Tieflaufen gegen das gegnerische Tor. Wir werden kräftig durchgeschüttelt, davon bin ich ziemlich überzeugt. Wir werden kräftig durchgesch simpler love. Wir werden kräftig aus den Ballen in deropen I bowel Daddy c bodies. und melachen. Wir werden aufgesteuern ein,sem dann ayrيرة, das schauen wir uns auch. Die armour und spotkers werden so zu halten können. Das ist drei, dass wir von uns bei euch in das Inter Espass reopen müssen. Vielen Dank.